Meine Challenge ist eine Aufschlag-Challenge. Es handelt sich um vier Balldosen, um zehn Tennisbälle und natürlich einen Schläger. Und ihr müsst aufschlagen. Und zwar, diese vier Dosen werden verteilt, jeweils zwei auf ein Aufschlagfeld. Und ihr müsst mit diesen vier Dosen eins anstellen, ihr müsst sie wegpöbeln. Und zwar, ihr habt zehn Versuche, deswegen zehn Bälle und dementsprechend viel Glück. Es ist ziemlich schwer. Also, packt es an. Das war's. Das war's.